Auf der Blickfang der internationalen Designmesse in Stuttgart konnten sich die Besucher wieder einmal davon überzeugen. Ob Möbel, Leuchten, Mode oder Schmuck, hier ist Design lebendig. Stuttgart ist die größte Designmesse dieser Art im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich sogar oder ganz sicher auch im europäischen Raum. Wir haben eben 20.000 Besucher, wir haben 180 Designer, die sich hier präsentieren. Und insofern glaube ich schon, dass viele Impulse von Stuttgart ausgegangen sind, für die Designer, für die Endkunden, aber auch für die Stadt insgesamt. Für Stuttgart und die Blickfang gelten, Design und Kundenmähe gehören hier zusammen. Ich denke der Vorteil von Stuttgart im Vergleich zu Berlin ist einfach das hohe Interesse an Design. Stuttgart hat einfach eine sehr lange Designgeschichte, Architekturgeschichte, hat schon immer eine sehr hohe Wertschätzung gegenüber handwerklichen Dingen gehabt. Ich denke das zeichnet neben der hohen Kaufkraft einfach Stuttgart im Vergleich zu Berlin aus. Ich denke Berlin ist ein guter Nährboden für Designer, hier ist eher ein guter Nährboden, um Designprodukte zu verkaufen. Design ist mehr als bloßer Zufall und gute Ausbildung eine Grundvoraussetzung. Wir haben im Bereich der Möbel, die wir hier alle bedienen, Walter Knoll, wir haben Rolf Benz, wir haben Richard Lampert direkt hier in Stuttgart, wir haben Automobilfirmen von Weltrang, all das gibt es hier und dazu noch jede Menge kleine Zulieferer. Das heißt der Bedarf an Design ist hier um ein Vielfaches höher als hier in Städten wie Berlin oder Hamburg. Das ist ein Entwurf von Beatrice Kopp, der sich mit dem Problem beschäftigt, wie schaffe ich es, die Kabel elegant von meinem Computer runter an den Boden zu führen. Und er hat sich der Beine bedient, er führt sie tatsächlich durch die Tischplatte, durch die Beine durch und dann runter zur Steckdose. Ein, wie ich finde, ziemlich raffinierter Gedanke. Unser Ziel war immer, dass wir mit dem Design, was wir hier zeigen, das soll marktauglich sein, das soll funktionieren, das soll praktikabel sein. Das ist die Philosophie, die wir mit der Blickfang immer verfolgt haben. Und ich sehe es genauso. Also ich denke, diese Attitüde von Design, die zeitweilig ein bisschen im Elfenbeinturm stattgefunden hat, die in einer sehr großen Kühle daherkam, mit einer gewissen, vielleicht auch manchmal, Arroganz, das hat sich extrem verändert. Es ist lustiger geworden, farbenfroher geworden, wärmer geworden und näher an die Menschen herangetragen worden in den letzten Jahren. Es durchdringt ja auch mittlerweile alle Bereiche. Ich denke, in jedem, sei es Auto, sei es andere Konsumgüter, also ohne Design funktioniert einfach auch kein Produkt mehr. Viele Produkte funktionieren sogar zum Großteil nur über Design, weil sie sich technisch gar nicht mehr groß unterscheiden. Da hat sich schon viel verändert in diesen 18 Jahren, seitdem wir die Blickfang machen. Also das Prinzip der Leuchte ist einfach, dass diese 110 Papierlamellen per Hand aufgeklebt werden. Und zwar geschieht das eben so in dieser Position. Man sieht, dass die Papierlamellen so dachziegelartig übereinander geschichtet werden. Wenn man den Lichtkörper dann umdreht, fällt die Leuchte erst in ihre Form. Also jeder möchte berühren. Die Leuchten haben eine besondere Anziehungskraft scheinbar. Also die Reaktion ist gleich welches Alter, ist eigentlich immer positiv. Die Besucher der Blickfang spüren, dass sie hier willkommen sind und der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir waren die Ersten, die eine Designmesse initiiert haben, die sich an den Endkunden gewendet hat. Es gibt relativ viele Designmessen, die B2B, also fachbezogen sind. Die Blickfang ist im Kern eine Endverbrauchermesse. Und das ist für den Designer extrem spannend, weil viele Designer kommen sonst einfach mit der Spezie Endkunde überhaupt nicht in Kontakt. Und die Möglichkeit haben sie hier. Einfach zum Beispiel konkret in Stuttgart 20.000 Besucher. Und ich denke, wenn der zehnte Besucher eine vermeintlich dumme Frage stellt, dann ist sie vielleicht gar nicht so dumm, sondern durchaus berechtigt. Und da entstehen ganz spannende Prozesse. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Punkt im Handwerk. Und man liebt einfach mehr Offenheit, mehr Klarheit. Nicht das Verschnörgelte, Überladene, sondern Klarheit. Man hat selber vielleicht mehr Reize, auch durch Medien und braucht dann so in seiner direkten Umgebung mehr Zurückhaltung. Das ist also eines der obersten Gebote. Es sei zurückhaltend in der Gestaltung, aber klar in der Lesbarkeit. Das soll einfach die Power der Schreiner ein bisschen kompakt überbringen. Was wir machen, wir arbeiten mit Designprinzipien. Also sprich, bei uns gibt es verschiedene Materialien wie Massivholz, Linoleum und Holzwerkstoffplatte, wie eine Tannenplatte oder sonst was. Immer mit den gleichen Designprinzipien. Also man kann eigentlich schon vom CI, vom Ermögel sprechen. Und diese Teile fügen wir dann je nach Kundenwunsch zusammen. Ja, das ist ja eigentlich alles. Also ich denke schon, dass die Blickfang ein wichtiges Sprungbrett ist für viele Designer. Also ich kenne auch solche Geschichten, solche Erfolgsgeschichten. Wir machen auch viel Nachwuchsarbeit. Es präsentieren sich auf jeder Blickfang immer vier bis fünf Hochschulen. Wir haben einen Nachwuchsdesignpreis, der vier bis fünf Möbeldesignern, Möbelstudenten immer ermöglicht, auf der Blickfang kostenlos auszustellen. So gibt es in Stuttgart immer viel Neues zu sehen. Wir sind ein Start-up-Unternehmen, das sich auf dieser Messe Blickfang das erste Mal präsentiert. Unsere Idee war, dieses Material Stahl in ein gutes Licht zu rücken. In verschiedenen Formen, mit verschiedenen Anwendungen, im Wohnaccessoires-Bereich. Hier sieht man, dass man im Wohnaccessoires-Bereich eben schöne Akzente setzen kann. Einfach indem man dieses Material entsprechend bearbeitet. Sie sehen hier verschiedene Anwendungen in der Küche zum Beispiel. Auch die netten Ideen mit den Topfhaltern, wo man dann Schnittlauch oder Thymian davor pflanzen kann. Oder Bestecke aller Art und so weiter. Wer sich über Neuentdecktes informieren will, hat auf der Blickfang die Möglichkeit, gleich nachzufragen. Der Trend vom Konsumenten, vom Besucher, einfach mehr über die Produkte zu erfahren, mehr sich auch individuell zu kleiden, einzurichten. Und ich denke, der besondere Schaden der Blickfang liegt vor allen Dingen daran, ich komme hierher. Ich finde extrem vielfältiges Design und ich kann den Macher hinter dem Produkt persönlich kennenlernen. Ich weiß, wie die Dinge produziert worden sind, wo sie herkommen, welche Idee der Macher dahinter hatte. Und das ist so wie ein Mehrwert, den man dadurch bekommt. Und ich denke, das macht so den Charme und auch den Erfolg der Blickfang aus. Wir kommen alle zusammen von der Hochschule Pforzheim. Wir haben da gerade unseren Abschluss im Modedesign gemacht und präsentieren jetzt hier die Hochschule und unsere Abschlusskollektion. Das ist das Key Piece meiner Kollektion und ich habe in meiner Kollektion versucht, Kleidungsstücke zu machen, die man mitnehmen kann. Das ist sozusagen Kleidung für die Generation to go. Und man kann diese Kleidungsstücke anhand dieser Elemente ganz leicht zusammenfalten. Das kommt dann in eine kleine Tasche und so kommt es dann in den Koffer. Man braucht schon immer so eine Zielgruppe, für die man auch designt. Obwohl das immer schwierig ist, weil gerade so Designstücke ja auch in der Preislage eher höher sind. Trotzdem sollen sie halt so ein bisschen flippig und neu sein, wofür dann viele ältere Menschen nicht so offen sind, sondern eher die Jüngeren, die es sich dann wieder nicht leisten können. Also man muss irgendwie immer so ein bisschen so das Mittel finden. Wir sind anders als wir, das weite Feld der Spießigkeit. Ich habe das versucht, auf ironische Art und Weise, aber auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit darzustellen. Mir geht es um die Messe an sich. Ich finde, das ist für mich als Designerin eigentlich eine der ganz wenigen Plattformen, wo ich so meinesgleichen habe und wo ich mich wohlfühle. Also wo viele meiner Art so sind. Das ist immer wie so ein kleines Zuhause. Und das ist eine schöne Art der Präsentation. Also ich finde, das ist eine ziemlich gute Messe. Also ich sammle alte Stoffe. So die fangen an, also diese alten Gobelins, die kommen alle original aus der Zeit 1900 bis 1940. Und dann fängt das an so die 50er Jahre, aber meistens die 60er. Das ist also so mein Schwerpunkt. Es braucht auch überhaupt nicht lange, eine halbe Stunde. Es ist einfach eine schöne Alternative zum Porträtfoto, das die ganzen Facetten ihres Kindes wieder zeigt. Also mal traurig, mal glücklich, selbstbewusst. Ich denke schon, dass wir dazu beigetragen haben, dass Stuttgart in der deutschen Wahrnehmung oder jetzt auch Österreich-Schweiz, wo wir ja auch mit der Blickfang aktiv sind, dass sich da einiges verändert hat. Und dass wir da keinen unwesentlichen Teil dazu beigetragen haben. Das denke ich schon. Mon Dieu, war das wieder schön dieses Jahr. Wunderbar, wunderbar. Hat mir sehr gut gefallen. Und wir freuen uns auch schon wieder aufs nächste Jahr, wenn wir uns hoffentlich dann alle wieder hier treffen bei der Blickfang. Moin Tschüss, au revoir, au revoir. Amen. Amen.